Musik Moin sinds YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3 Wieder mit Zukunft zerstören und wieder mit Black und André Und es leckt schon wieder Wann leckt es bei dir nicht? Nie Mir ist noch schon ein bisschen Spawn durchgerusht Ja, ich war auf TDM gepolt Ich bin durchgerusht Drum, hinter dir Oh, der war's nicht weit Ich hab da nur einen Hocken gesehen Oh, dieses Aim, das Aim, Dead Aim Der könnte mein Aim sein können Ich hatte die Maus und bin ganz schön an der Tastatur Ich so, ey, ey, geht nicht weiter, geht nicht weiter Ich hab die Tastatur hinterher weggeschoben Weißt du? Grausam, ey Könnte mein Aim sein Oh, ich hatte zwei Kills Oh, Mann, oh Oh, das ist zu Ich hatte zwei Kills Spiel sagt, nein Spiel ist doof Ja, Sniper, Achtung Nein Ach Ey, wie sie sich schon mal wieder hinlegen Ja Nein, leck Oh Bei AW auch noch Da ist auch der Typ, der hat's gesehen Ja, da bei A ist einer Ja, da bei A ist einer Ja, da ist der mit der Schrotze hinter dir Ja, den hab ich das Geschippt mitgekriegt, dass er irgendwie auf mich geschossen hat Gut Sehr schön, André Meiner Sehr schön Ich hätte nachladen sollen So, halt, denk ich mir so im Nachhinein Bei denen hab ich als erstes verfolgt Bock Da hast du aber lange gewartet, ne So, Bein, Bein, schieß ich ihm ins Bein Nein, lieber nicht Könnte ihm wehtun Ich hatte nur noch viel Schuss Der Schuss musste sitzen Der Mack war fast leer Ich bin nicht so munitionssparend eigentlich Sollte es dir eigentlich wohl wissen Dome designer drum Ich krieg dir natürlich gar nichts ab Sehr schön Der kriegt echt nix ab, ey. Bis klar. Dom, mach raus. Ich wollte den nicht auch noch holen, ey. Lacker. Wäre der tot gewesen, dann wäre ich da gewesen mit der Pistole. Hätte ich den auch noch geholt. Vielleicht. Vielleicht. Ja klar. Bei dem anderen wäre das Mac leer gewesen. Hast du? Mach mal eben den Spawn platt. Kann ich noch nicht. 8 Sekunden. Man muss wohl lange warten, Mann. Fakti Dom. Upsi. Entschuldigung. Ja, ich wette mit der Hellstorm treffe ich eh nicht. Also, ich bin jetzt nicht so visiert wie Black mit der Hellstorm. Hab rein. Nice. Ich habe keine Endzone gesehen. Ja, super. Ihr habt ja alle schon getötet. Er hat meine Hellstorm und Grills eingeschlagen, ne? Könnt ihr mal bitte keine 10 Sekunden für eine Runde brauchen, sondern 30? Danke. Erskirater den wieder tot. So. Ich hab den mit der Semtex angeheftet, aber der hatte Resi drinne. Ja, nice. Der ist nicht gestorben. Dann sag ich mal, bis gleich in der nächsten Runde. Und da sind wir auch schon in Runde Nummer 2. Und die Wartezeit zwischen den Runden ist viel zu kurz, ey. Ich kann gar nicht meinen Kuchen essen hier. Ich wollte gerade sagen, du wirst noch auf Essen, ne? So halbwegs. 4 gegen 5, Leute. 3 gegen 5? 3. 4 gegen 5. Aber die erste Nade. Da kommt ne Nade. Habe einen. Nice. 2 Stück sind auf jeden Fall links an der Brücke. Ich bin jetzt mit der abgehauen da. Ich hab jetzt einmal außen rum. So. Ja. Hinter uns, Black. Fuck, Kurt. Ja, vor mir aber auch. Scheiße. Andre, reißt das. Ja. Los, Andre. Genau. Gegen 4. Ah, Schnellfeuer hat er drin gehabt, ey. Ich glaub's ja nicht. Ich konnte ihn nicht mal anlegen. Egal. Haben die vielleicht auch ne Drohne gehabt? Ne, die haben ziemlich passiert, ey. Keine Ahnung. Ah, ne. Können sie nicht. Na, 315 ist schon ein bisschen scheiße. Kannst du aber bei den High-Spots sein. Gott. Oh, komm, Leck. Direkt in 2,5 vielleicht. Ja, da haben wir 2,1er dabei, also... Ja, gut, aber... Muss ja nix heißen. Ja, ja. Hab einen. Ich hab... ich bin tot. Das ist doch nicht wahr, ey. Das waren's 2 Salben. Oh, ne, das waren nicht 2 Salben, da sind schon 3. Wie, ihr safe? Mhm. Ja, genau, ey. Er mit seinem scheiß Schnellfeuer ist safe. Da kommt noch mehr, Link. Hab ich gedacht? Da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Da waren 3. 3. Hinter dir. Na klar. Ja. Pfff. Deswegen hab ich ja... War eben noch ne Mini-Lead. Ich wollt mich umdrehen. Pfff. Oh, ne? Wolltest du. Okay, dann... Musst du gleich beim Reinlaufen gehen. Ja. Beim Reinlaufen bin ich direkt hinter dich. Ah, ja. Ich bin positiv. 3-2. Ich hab 0-0. Haha. Wieso hab ich 0-0? Pfff. Wie geht das? Wie, lol? Du bist mal gestorben. Pfff. Wahrscheinlich kriegst du gleich nur... Ne, jetzt hab ich mal 3 Tote drauf. Dann lili ich jetzt mal eben. Dank. Ja, komm. Wir sind hinter denen. Das ist noch vergessen... Genau da sitzt man. Warum versuche ich es zu sagen? Kriegt euch! Ich auch! Was der kann, kannst du aber auch, ne? Ja klar. Ach komm! Immer nur von hinten, ey. 315 ist echt ein bisschen scheiße. Hätte ich hören können, aber ich hab das jetzt verhalte auch, ey. Und genau linke Ohrmuschel habe ich natürlich nicht auf. Super, ey. Das war wieder komplett auf, ey. Ich werde dann in der Aufnahme hören dann irgendwie meine Eltern quatschen oder so, aber ist mir wurscht. Ich muss wieder im Nachhinein rausschneiden. Ja, ich muss mir eh wegen der Husterei und so fast alles anhören, ey. Ja, komm! Ja, rechts einer ist schon bei der Brücke direkt vorbeigelaufen. Der ist jetzt bei uns am Spot. Was? Pass auf. E2, Leute. Park. Ach, schade. Das wär's jetzt gewesen. Alter. Zentimeter weiter nach links, ey. Mhm. Zu weit nach links meine ich. Sogar ist es down gewesen. Mhm. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Die Level 1er haben 3 zu 0 und 1 zu 4. Was beschränkt sich über zwei Level 1er? Ja. Ja. Das ist sehr, sehr realistisch. Gut, die sind auch alle Punkte. Außer Black. Was ist mit dir los, Black? Ja, ich hab die ganze Zeit den einen Typen gehabt, der hier... Ähm, das war die 1, 2, 2, 2, 2, 2, das war die letzte Runde. Dann sag ich danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung damit es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Call of Duty Black Ops 3. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.